Was ist überhaupt hier rein? Ob kein Sinn, das muss da unten alles rein. Ich kann ja nicht sagen, wo du gerade treibst und machst und tust. Ja... Warum nicht? Was hab ich denn gesagt? Du sagtest du Sack und ich sagte darauf, ich habe davon ein Jahr. Ach so. Gut, zum Glück habe ich nicht gesagt, du Hoden. Du hättest ja auch gesagt, zwei, ne? Ja, 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 klar. So, jetzt wird man hier ordentlich geschweißt, wahrscheinlich habe ich... Kann nicht wahr sein? Hä? Hä? Ich habe doch... Ich habe 900 Stahlplatten da drin. 900. Warum kann ich denn nicht schweißen? Dann stimmt irgendwas mit mein... Oh Gott. Irgendwas mit mein... Guck mal, ob er das Förderband ist... Na ja, da haben wir zu liegen. Ah, dann ist es aber, es sieht so aus, als ob der Container vollständig ist. Ich raste bald aus, Leute. Ich raste einfach raus. Irgendwann explodiere ich einfach. Ich raste einfach raus. Irgendwann explodiere ich einfach. Da kriege ich eigentlich einen Rappel. Ich raste mich doch im Arsch, ey. So. Ja, Stellungskomponenten brauche ich. Und dann haben wir noch Schwerkraftsgeneratoren... Äh, Komponenten, ne? Ah, sieht jetzt gleich schon wieder besser aus hier an, dass diese scheiß Textur wieder oben ist. Ja, mit deiner inneren Mauer. Ah, genau. Klingt auch irgendwie so, als ob du irgendwie meditatives Training machst. Du baust deine innere Mauer auf. Habe ich hier wirklich mein komplettes Eisen verballert? Na ja, das wäre nicht so fein. Oh, es scheint so zu sein. Und das hat sich sogar gereimt. So, wieso? Will der mich eigentlich verarschen? Ich hab ja auch eben... Oder hab ich die... Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Mist. Ach so. Götter. 700.000 Eisen verballert in meinen Stahlplatten. Oh, ich brauche eh so viel. Oh, 100 Computer braucht dieses verkackte Cockpit. Ich brauche doch jedes. Ehrlich? Hm. Na dann. Ist mir noch nicht bewusst gewesen. Ja, mir geht das tierisch auf den Sack, dass das hier nicht funktioniert, ne? Wie es soll. Was denn? Na ja, mit meinem Schiff, ja. Ich glaub es auch noch getackelt, vor Frust eben. Was ist denn eigentlich mit Blub da? Gibt es da einen Golfplatz, ist da? Oder nicht weiter? Ja, ja. Ne, ich glaub der hat immer noch... Der hatte ja irgendwie Prüfungen oder sowas gehabt. Und... Ja. Ist nicht schön, wenn du ne Bauruine vor deinem Grundstück stehen hast, ne? Ja. Ich hab tatsächlich keine Anzeigen mehr? Wo ich sie dann verballert? Ja, ich hab auch keine mehr. Anzeigen sind eh so ne bisschen so ne Massenmangelware, genau. Massenhaft Mangel. Ach nö, da muss ich jetzt tatsächlich bohren. Was brauchst du? Eisen, Gold, alles. Ja gut, da kann man nix machen, ne? Da ist das halt so, ja gut, ey. Sorry, ey. Das klingt grad genau wie Franz Beckenauern. Ja gut, ey. Ich wollt's grad sagen, was du noch. Ich möchte hier mal die nicht mit Bayern verglichen werden, die sind böse. Wieso sind die böse? Weiß nicht. Wissen. 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 Du merkst du ähnlich von den Bayern? ez von Bayern, oder die rumleben halt. Rumleben? Die, die rumleben, haha. Geil,ลленs, echt. Rita, minst du jetzt. Richten wir den mal hier passiv aus. Also alle Bayern. Nurst mappan kann ich nicht leiden, weil ihr so rumlebt. Nein, ihr mich mag die Sprechart nicht unbedingt. Die Sprechart? Okay. Ich mit dem Dialekt. Viele sagen zwar, dass sechstisch hoch ist, aber ich finde bayerisch noch viel schlimmer. Wenn Sachsen loslegen, dann ist es ganz vorbei, die kann ich nicht ernst nehmen, dann mache ich mich kaputte. Man versteht es vor allem halt nicht so arg, also eigentlich gar nicht. Und wir hatten mal bei uns einen, der war auch so aus Thüringen kam. Er hat schon wieder geredet, der war so ein bisschen dicker. Und dann fing er mal an zu reden und zu schwärmen von seinem Käse und dass er so auf Käse steht und da und hier und da drauf. Und dann noch mit dem Akzent dabei, ey, ich bin mal kaputt gelacht, ich kannte den Typen nie ernst nehmen. Sobald er angefangen hat zu reden, ich lag in der Ecke, allein schon wegen diesem Akzent. Echt. Hm, warum haut ja immer bei meinem Bohrschiff die ganzen Sachen raus? Jetzt muss ich mein Schiff umbauen. Natürlich ärgerlich, die Schiffe lassen mich einfach nicht in Ruhe. Ich glaube, ich baue mir da auch wieder ein Cockpit dran irgendwie. Oder ich musste meine Kamera irgendwie besser platzieren, die gefällt mir so auch noch gar nicht. Das Ding kann ich auch mal abbauen hier. Draußen dachte ich gerade, dass einer so laut einen Arsch hat, dass ich den sogar durchs geschlossene Fenster höre. Und eine Frau... Du Scheiße. Wahrscheinlich ein bisschen was getrunken, die Dame. Aber gut. Wenn sie mag, herzlich willkommen auf YouTube. So, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wenn ich das hier jetzt mache, fliegt mir dann irgendwas von dannen. Dann zeigt sie sich dann der nächste an mir. Du nimmst mich auf, du Sau. Ja, das war passiv aufnehmen. Das war keine beabsichtigte. Jetzt wird es wieder kritisch. Ah, siehst du da hinten? Oder? 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 Nee, das müsste eigentlich halten. Oh, ich habe Angst, Leute. So, wir werden mal Licht anmachen, dann sehe ich auch mal dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh hoho, das hat alles gehalten. Ah, wunderbar. Großer Fracht-Container. Hier her. Gold, Digga. Du eigentlich… Gold, Digga. ich komme nicht mehr raus habe mich schon so tief eingeboren her tatsache du bist am bohren gerade ja und gold wieder da schnell wieder spielst wieder zahnarzt sport ja ein loch weg und ein noch größeres hin ich will deine brücke haben da oben das warum habe ich ja dälen ist ja doch das ane das andere aus wie dälen sind gar keine krass krass timer block den habe ich auch noch nicht benutzt den muss ich auch noch mal irgendwann benutzen aber ich brauche mir erst mal einen tieferen sinn dafür muss ich mal gucken wie das scheiß ding richtig funktioniert da wird eingestellt aber das will ja nie funktionieren ich glaube dass es gar nicht so schwer ist immer noch ich weiß nicht aber ich hab's halt noch gar nichts probiert damit normalerweise reinziehen was du haben willst trigger einstellen fertig passiert bei mir nix doch jetzt passiert auch was vorher musste konnte man nur einzelne items reintun jetzt kann man auch gruppen nehmen das ging irgendwie nicht das erklärt da hast du deine erklärung ja das weißt du bescheid ich habe immer nur gruppen reingeknallt so wie hast du deine ein paar kameras montiert direkt über den verbünder das sieht man ja nicht richtig das ist ja irgendwie blöde siehst du gar nichts bis auf ja das bild halt ne nix im weg einfach dran fertig dann siehst du das grün oben ein gutes beziehungsweise gelb ist auf p-grün ne brauchst du auch gar nicht ja aber ja ja ich weiß aber naja hier vorne muss ich das irgendwie anders machen das ist es nicht so nur die Frage, wie soll ich das hier machen in der fronten des Schiffes also muss man zu den Engländern sprechen ne ja wie bist du mein guter Freund? Gute Wetter heute, häh? Vor allem mit Hähn hinterher. Ja, genau. Häh? Isn't it? Oh man. Wenn ich mich schon wieder schlapp lache, gell? German Bratwurst, ne? Bratwurst mit Schnitzel. Ich könnte das ja so machen und hier die Kamera dran knatschen. Ach ne, das sieht ja dann so hässlich aus. Weg damit. Da kommt die zwei da hin und hier die eins hin. So. Schon wieder selber überlistet jetzt eben. Endorm. Das muss man erstmal hinkriegen. Du lachst ja immer. Ah, das ist äh... Ich bin da ein bisschen... Ich bin da... Ich glaube es würde mir das Video interessiert werden. Ich glaube es einem User im commentator...